Die SS-Kommandoführer des Lagers Er wird im Frankfurter Auschwitz-Prozess zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt, nach dem Jugendstrafrecht. Was der Hans Stark mir von Auschwitz erzählt hat, war sehr wenig. Einmal erzählte er mir, sie wären mal da durch das Lager gegangen nachts und da saß also ein ausgehungerter Häftling, er sagte dazu Muselmann, saß da auf dem Donnerbalken über der Kloake, total abgemagert und es war kalt Winter. Und da hätte er, der Hans Stark, so einen Korb genommen, der da gerade gestanden hat und hätte den Korb auf die Richtung dieses Menschen geworfen und der sei doch dann blumms in die Kloake da reingefallen. Und da hätte er und die anderen, die hätten ja gelacht, die hätten sich auf die Schenkel geklopft. Ich habe noch bei mir gedacht, jetzt siehst du das Wartegesicht deines Bruders. Vernehmungsniederschrift vom 23. April 1959. Vorgeführt erscheint in den Räumen des Polizeipräsidenten in Köln, Stark Hans, geboren 1921 und gibt folgendes an. Meine Jugendzeit verlebte ich im Elternhaus in Darmstadt, wo mein Vater Polizeimeister gewesen ist. Ich habe noch einen jüngeren Bruder. Mit Abschluss der Obersekundarreife verließ ich 1937 das Realgymnasium und hatte die Absicht, mich freiwillig zum Militär zu melden. Mit dem Hinweis, dass ich hierfür noch zu jung sei, ich war ja damals erst 16 Jahre alt, wurde dieses abgelehnt und ich darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit bestände, in eine SS-Totenkopfstandarte einzutreten. Mein Vater gab hierfür die Genehmigung und ich wurde so zum 1. Dezember 1937 als Staffelmann zur SS-Totenkopfstandarte Brandenburg eingezogen. Ein neuer Lehrgang von Freiwilligen rückt ein. Exerzieren und waffentechnische Übungen auf dem Kasernenhof sind auch hier die Grundlage der militärischen Ausbildung. Hindernislauf. Geländelauf. Diese Männer sind eine Auslese der jungen Mannschaft des Volkes. Die besten von ihnen sind Junker der Waffen-SS. Was der pathetische SS-Werbefilm verschweigt, höchstes Ziel der Ausbildung ist kompromisslose Härte. Gegen sich und gegen andere. Von Anfang an werden die Rekruten von ihren Vorgesetzten kleingemacht und gedemütigt. Anstark lernt, die Zähne zusammenzubeißen, jede Schwäche abzutöten. Regelmäßig muss er mit seinen Kameraden auf dem Appellplatz antreten, um beim Vollzug der Prügelstrafe anwesend zu sein. Sie sollen zusehen, wie einer von ihnen einen Häftling blutig schlägt. Mitgefühl. Das bläut man ihnen ein, ist gefühlsduselei. Das sollen sie sich abgewöhnen. Hans Stark wird schon drei Wochen nach Beginn seiner Ausbildung im KZ Sachsenhausen als Außenwacher eingesetzt. Als der 16-jährige Rekrut zum ersten Mal von seinem Turm über das Lager blickt, lernt er ein völlig neues Gefühl kennen. Macht. Herrschaft über Menschenleben. Darauf werden sie im Unterricht gedrillt. Frage des Ausbilders an den Rekruten. Welche Elemente werden in einem Konzentrationslager gesammelt? Verbrecher, Asoziale, sexuell Anormale, Staatsfeinde, Faulenzer, Diebe, politisch Unzuverlässige, Volksschädlinge, Juden. Wie urteilen Sie über die Sorte Menschen? Sie sind sehr gefährlich, schaden dem Volk und dem Vaterland. Es muss verhindert werden, dass sie ihren verderblichen Einfluss weiter ausüben. Das Bewachen und Herrschen ist offenbar ganz nach dem Geschmack von Hans Stark. Bei seiner Rekrutenvereidigung im November 1938 gelobt er Adolf Hitler bedingungslosen Gehorsam. Treue bis in den Tod. Wenn mein Bruder dann natürlich in seiner schicken SS-Uniform nach Darmstadt kam, auf Urlaub kam und so weiter, dann war ich sehr stolz auf ihn. Wir gingen zum Beispiel ins Kino und meine Schulkameraden, die das gesehen haben, uns beide, die haben mich am nächsten Tag gefragt, ui, Sande, wer war denn das? Da sagte ich, das war mein Bruder. Boom, die bewundert, geguckt. Also seitdem er bei der SS war, hat man vor allem gemerkt, dass sich sein Selbstbewusstsein erhöht hat. Also er ist viel selbstsicherer aufgetreten und hat zumindest da außen nicht mehr diesen Alleinunterhalter oder Clown gespielt bei anderen. Hat er ja eine Uniform an und so. Am 1. Juni 1938 tritt Hans Stark seinen Dienst im Konzentrationslager Buchenwald an. Hier werden wenige Monate später nach der sogenannten Reichskristallnacht nahezu 10.000 Juden interniert. Himmlers schwarzes Chor regiert mit gnadenloser Härte. Die Häftlinge erwartet ein Chaos aus brutaler Gewalt, Folter und Elend. Stark lernt, wie man mit dem verhassten jüdischen Volksfeind umspringt. Er lernt schnell und wird zum Sturmmann befördert. Als ich ihn nachgefragt habe, was ist denn das, ein Konzentrationslager, hat er gesagt, ja, also Konzentration, sagt er, du lernst ja Latein. Konzentrieren heißt, man bringt so die Leute zusammen und so und macht einen Zaun um die rum. Das ist ein Konzentrationslager. Nach zwei Jahren wird Hans Stark von Buchenwald in das KZ Auschwitz versetzt. Der 19-Jährige hat zielstrebig Karriere gemacht und es bereits zum Unterscharführer gebracht. In Auschwitz wird er der jüngste Kommandoführer des Lagers und rückt zum Herrscher eines kleinen Reiches auf. Über seinen Schreibtisch hängt er den Spruch, Mitleid ist Schwäche. Ich gebe Folgendes an. Nach einem halben Jahr als Blockführer kam ich in die politische Abteilung, in die Aufnahme. Meine Aufgabe bestand darin, die neu ankommenden Häftlinge zu registrieren und an sie Nummern zu verteilen. Neben uns SS-Angehörigen waren ca. 15 bis 20 Häftlinge beschäftigt. Hauptsächlich polnische Abiturienten und Akademiker. An Namen vermag ich mich nicht mehr zu erinnern. Einige dieser Häftlinge haben das Lager überlebt. Zum Beispiel Kazimierz Smolain. Er wurde nach dem Krieg Direktor der Gedenkstätte Auschwitz und ist heute pensioniert. Seine Kameraden und er haben Hans Stark aus nächster Nähe kennengelernt. Er hat mehr gemacht als ein gewähnlicher SS-Mann. Weil er gehirte zu den politischen Abteilungen und in diesen politischen Abteilungen waren die schlechten, kann man sagen, Sachen erlebe ich immer. Also Exekutionen, Rampe, Rampendienst und so weiter. Da musste er, also deshalb, dass er gehirte dazu, musste er auch dort wahrnehmen. Also die Befehle hat er sehr genau ausgeführt. Und hat er selbst mehr getan, als er da befohlen bekam? Natürlich, er brauchte doch nicht jeden Häftling geschlagen, weil das brauchte er nicht. Und er hat geschlagen. Vielemals, also irgendwie, ein Häftling, weil er die Fallen hat und er hat die Mütze nicht weggenommen, da hat er den geschlagen. Und das brauchte er nicht. Aufnahmebüro war hier. Ja, das war, aber diese Fenster waren nicht gemalt, also ohne die Schwarzen. Normal. Ja, ja, ja. Normal. Und wo hat er seine Listen geschrieben? Da sind, die waren hier geschrieben, die Listen. Ja. Natürlich, das waren die Häftlinge, welche normal hier gekommen sind, weil zum Beispiel ab Rampe, da war schon etwas anders. Also dort waren wir nicht, Häftlinge waren nicht dabei, sondern nur er war. Nur er war dabei? Er war und andere SS-Männer, aber Häftlinge, jedenfalls wir, waren nicht damals, dabei nicht. Aber er hat praktisch ganz allein die Zahlen aufgeschrieben? Die Zahlen natürlich haben bestimmt geholfen, auch die SS-Männer, welche Abraumpendienst gehabt haben, Abraumpendienst. Und die Zahlen wurden dann nach Berlin? Die Zahlen waren nachher hier geschrieben, wo er, der stark dann geschrieben hat, hat das Formular an Eichmann geschrieben, wo man geschrieben hat, dieser Transport mit Nummer so und so, ist gekommen, 1500 dabei. Männer A und B, Frauen A und B. A, das waren die, welche arbeitsfähig waren, also die, welche registriert waren, und B waren die, welche vergastet waren. Also das ist nur an Eichmann gegangen. Und hier war der Hans Stark, als er zum Beispiel, wenn er zurückgekommen ist von Exekution, von Thermatorium, die haben das gesehen durch Fenster, weil dieses Thermatorium ist etwas weiter dort, da haben wir gesehen, hier war ein Waschbäck und Handtuch, da hat er sofort die Hände gewaschen und auf der Bartel, ein Häftling, hat die Schuhe geputzt und nachher hat sich hingesessen und nichts gesprochen, überhaupt nichts. Dieses Gewehr war nicht hier, das Gewehr war beim Rapportführer, beim Palitsch. Und als er mit diesem Kleinfall über Gewehr gekommen ist, da haben wir gewusst, dass er zur Exekution geht. Also damals, wie ich mich erinnere, das ist so ein drastischer Fall, wo die Frau mit zwei Kindern gekommen ist und nachher hat sie abgeführt ins Thermatorium. Da haben wir das durch Fenster gesehen, dass er ins Thermatorium geht und dort hat er die Frau mit zwei Kindern erschossen. Natürlich, es waren mehrere solche Fälle, zum Beispiel, manchmal sind, wie russische Kriegsgefangenen geführt waren, da waren sie abgeführt von hier aus nachher ins Block 11, aber da haben wir es schon nicht mehr gesehen, obwohl wir haben gewusst, dass er auch zur Exekution geht. Manchmal, als wir verspätet sind gekommen, zum Beispiel nach dem Affel zu schreiben, da hat er gesagt, wir sollen zweihundertmal schreiben, ich muss pinklich zur Arbeit kommen. Zweihundertmal. Also das war nicht normal, kann man sagen. Sogar der Bock hat das niemals ausgeführt. Da war er also basic. Wir haben geschrieben, nachts im Klo haben wir das geschrieben zweihundertmal, ich muss immer pinklich zur Arbeit kommen. Und der hat dabei, als er das gesehen hat, gelacht, das heißt so mit Lippen zusammen, aber man hat gesehen, dass er freut sich, dass wir das ausgeführt haben. Also wie ein Lehrer, kann man sagen. Der hat jedenfalls uns nicht geschlagen, niemals. Aber solche Sachen hat er geführt. Also ein beser Bube. Natürlich, er war SS-Mann. Und das hat ihm Freude gemacht, dass er so viel Gewalt hat, Macht hat. Macht hatte, ja. Der Hans hat nie aufgehört, ein Muttersöhnchen zu sein. Er konnte tun lassen, was er wollte. Seine Mutter hat ihm alles verziehen. Hat alles so mit einem Mäntelchen zugedeckt und so. Und so auf die Tour. Also der Hans macht das doch nicht. Oder er wird das nie tun. Und andererseits hat sie ihn also fest mit ihren Augen so regiert. Und während der Kriegszeit hat auch die Mutter immer wieder großen Wert draufgelegt, seine Wäsche selbst zu waschen. Der Hans hat immer, schon von Anfang an, hat der Paket geschickt, da war so eine schmutzige Wäsche drin. Und die Mutter hat es ihm gewaschen und hat es ihm bis wieder geschickt. Ich kann mich erinnern, dass mein Vater seinen Sohn Hans immer wieder unsagbar geschlagen hat, mit seinem Gürtel, so dass der Hans die Wände hochgeklettert ist oder gesprungen ist, um diesen Schlägen auszuweichen. Und meine Mutter hat immer schrecklich geheult dabei. Und das hat dazu geführt, dass meine Mutter ihn noch mehr beschützt hat. Es war für den Hans sicher keine einfache Kindheit. Die Politik war insofern ein Thema, als mein Vater den Aufstieg des Nationalsozialismus und von Adolf Hitler kräftig unterstützt hat. Es gab Tage, da hat er von gar nichts anderem mehr geredet und hat in Adolf Hitler den Menschen gesehen, der die Schmach von Versailles tilgen wird und war auch schon gleich nach der sogenannten Machtergreifung im Mai 1933, als da die ganze Welle von Eintritten kam. Möglicherweise ist er auch da eingetreten, um seine SPD-Vergangenheit zu kaschieren. Und wenn ich mir so überlege, dass er das alles mehr oder minder allein und selbstständig aufgenommen und gemacht hat, kann ich mir auch vorstellen, dass er hier also so seinen Ehrgeiz oder seine Karriere oder so schon irgendwie gesehen hat. Wie er auch immer gesagt hat, weil er hat das damals schon noch studiert, also diese Fernabitur gemacht, und dabei hat er ihm gesagt, ich möchte mich die Heere Lauban in Gestapo widmen. Was, die? Heere Lauban in Gestapo widmen. Ach, die Skapo. Höre Gestapo. Höre Gestapo. Er hat gesagt. Deshalb hat er auch Jura angefangen zu studieren. Ich weiß nicht, was er noch studiert hat. Wir haben nur gewusst, dass er Abiturium gemacht hat. Ja, ja. Und ihr habt ihn ja auch vorbereitet. Wie? Also ihr habt ihm... Natürlich. Ihr habt ihm wunderlich gegeben. Bei uns war ein Mathematiker, ein Monservis Tadeusz, der erste Direktor, außerdem nachher nach dem Krieg im Gewinnstädte hier. Und das war ein Mathematiker, der hat die Aufgaben immer geholfen, kann man sagen. Ah, ja, geholfen. Zu schreiben, zu schreiben, natürlich. Und zu uns hat er immer gefragt, weil wir waren doch Abiturienten, und deshalb hat er gefragt, also wann war der zweite Peloponnesische Krieg oder so. Ach so. Wir haben natürlich damals keinen Kopf gehabt, da haben wir nicht böse, sondern so ironisch gesagt, wo habt ihr die Abitur gemacht? Ja, ja, ja. Bloß als er zum Beispiel von deutscher Sprache, also von Literatur, Goethe, Schiller, Eichnuss, da haben wir schon geantwortet. Wo habt ihr das gelernt? Wir haben auch in der Schule, in der Gymnasium. Unmöglich. Also solche Gespräche waren immer. Ja, ja, ja. Ich gebe Folgendes an. Ich wollte meine Schulbildung beenden und erhielt deshalb von Weihnachten 1941 bis Ende März 1942 Urlaub und besuchte die Justus-Liebig-Oberrealschule in Darmstadt, wo ich die Reifeprüfung erlegte. Von seinen halb verhungerten, aber gebildeten Häftlingen gut vorbereitet, tritt Hans stark selbstverständlich in SS-Ausgi-Uniform in seine Heimatstadt zum Abitur an. Er wählt sich das Aufsatzthema Die Befreiung Deutschlands von den Ketten des Versailler Diktats durch Adolf Hitler. Deutschland hat sich durch sein geniales Staatsoberhaupt seinen Platz in der Welt zurückerobert. Noch steht unser Volk im Existenzkampf, über dessen Ausgang keine Zweifel herrschen. Nach seinem siegreichen Ende wird Deutschland einer Blütezeit entgegensehen, die uns über die schmachvolle Zeit voll stolzer Befriedigung hinwegsetzt. Durch den Vertrag von Versailles wurde das deutsche Volk wehrlos gemacht. Aber man hat hierbei die Drachensaat für eine blutige Ernte gesät. Stark kehrt Stolz mit dem Reifezeugnis in der Tasche zurück nach Auschwitz. Nur sechs Monate später müssen ihm tausende Darmstädter Juden dorthin folgen. Das Justus-Liebig-Gymnasium dient mittlerweile als Sammellager für Deportationen. Blutige Ernte. Der Hans war bestimmt ein Feind von Juden. Er ist Fanatiker, kann man sagen. Zum Beispiel, es war auch manchmal so, bei Zugängen, es waren doch viele Juden. Und wenn er gefunden hat, dass jemand hat geheißen Stark, ohne CK am Ende, da hat er den geschlagen sofort. Ein Jude und heißt Stark. Das gibt es nicht. Das gibt es uns. Ich bin Stark und da hat er den Mensch einfach geschlagen. Hat er nie getätet, aber jedenfalls festgeschlagen. Ich gebe Folgendes an. Als Leiter der Aufnahmeabteilung war ich bei jeder Erschießung und Vergasung zugegen. Bei einer Vergasung im Herbst 1941 erhielt ich von Grabner den Befehl, Zyklon B in die Öffnung zu schütten. Es handelte sich bei dieser Vergasung wiederum um einen Transport von 200 bis 250 Juden, und zwar Männer, Frauen und Kinder. Da dieses Zyklon B körnerförmig war, rieselte es beim Hineinschütten über die Menschen. Sie fingen dann furchtbar an zu schreien, denn sie wussten nun, was mit ihnen geschieht. In die Öffnung habe ich nicht geschaut. Nach wenigen Minuten war es still. Nach zehn oder 15 Minuten wurde der Vergasungsraum geöffnet. Die Getöteten lagen kreuz und quer durcheinander. Es war ein schrecklicher Anblick. Frage des Vorsitzenden Richters im Frankfurter Auschwitz-Prozess. Angeklagter Stark, welche Gefühle hatten Sie dabei? Nie wieder. Warum? Hielten Sie es für Unrecht? Nein, durchaus nicht. Wenn jemand erschossen wurde, war das ganz etwas anderes. Aber die Anwendung von Gas war eben unmännlich und feige. Eines Tages kam einmal ein Kollege meines Vaters, also Polizist, als Begleiter eines Gefangenentransportes, sicher Juden, in das Lager, an die Rampe. Und der Hans hat den Kollegen erkannt und hat dem Kollegen meines Vaters aufgetragen, doch recht herzliche Grüße von seinem Sohn Hans an den Vater auszurichten. Und er hat es also auch getan. Also von daher wusste ja auch der Vater, was ein Konzentrationslager war oder wohin die Transporte gingen, bei deren Zusammenstellung er als Polizist in Darmstadt sicher nicht unbeteiligt gewesen ist. Ich gebe Folgendes an. Unmittelbar nach der Ankunft fand die Selektion statt. Die nicht arbeitsfähigen Personen, in der Hauptsache Alte, Kranke, Kinder und Säuglinge, wurden von mir und anderen in die Vergasungsräume geführt. Es kam wohl vor, dass bei den Gaskammern Personen nicht hinein wollten und so eine Stockung entstand. Auch hierbei habe ich mit dem Stock Häftlinge nicht geschlagen, sondern höchstens hineingeschoben. Die Judenevakuierung, die Ausrottung des jüdischen Volkes. Es gehört zu den Dingen, die man leicht ausspricht. Das jüdische Volk wird ausgerottet. Von euch werden die meisten wissen, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammen leben. Wenn 500 da liegen oder wenn 1000 da liegen. Diese durchgehalten zu haben. Und dabei, abgesehen von menschlichen Ausnahmeschwächen, anständig geblieben zu sein, hat uns hart gemacht und ist ein niemals genanntes und niemals zu nennendes Ruhmesblatt. Und wir haben keinen Schad in unserem Innern, in unserer Seele, in unserem Charakter daran genommen. Hans Stark kehrt 1945 in seiner Heimatstadt Darmstadt zurück. Er vernichtet alle belastenden Unterlagen. So gelingt es ihm, bei der Entnazifizierung als kleiner Mitläufer eingestuft zu werden. Unbelastet studiert er und wird Lehrer an einer Landwirtschaftsschule in Köln. Er heiratet, wird Vater von zwei Kindern und führt ein unauffälliges bürgerliches Leben. Seiner Frau verschweigt er seine Vergangenheit. Doch die holt ihn 1959 ein. Bei einer Aussage vor der Staatsanwaltschaft hat ein ehemaliger Auschwitz-Häftling den Namen Stark genannt. Stark wird verhaftet und zusammen mit anderen SS-Männern angeklagt. Am 20. Dezember 1963 blickt die Welt nach Frankfurt. Zum ersten Mal erscheinen die Angeklagten des größten Massenmordprozesses in der Geschichte der deutschen Justiz. Der Auschwitz-Prozess beginnt. Vier Jahre bleibt Hans Stark in Untersuchungshaft. Doch kurz vor Beginn des Prozesses setzt man ihn auf freien Fuß. Man sieht in ihm nur einen kleinen Befehlsempfänger und klagt ihn lediglich der Beihilfe zum Mord an. In dieser Sache werden folgende Angeklagten aufgerufen. Angeklagter Mulka, Boger, Stark. Die Angeklagten leugnen, verharmlosen und decken sich gegenseitig. Ihre Verteidigungslinie ist klar. Ja, sie haben an Tötungen mitgewirkt, aber doch nur auf Befehl. Im Prozess wird nachgewiesen, dass das so nicht stimmt. Die Befehle waren in der Regel so vage formuliert, dass jeder SS-Mann sie nach Gutdünken ausführen konnte. Sie mordeten und quälten nicht, weil sie mussten. Sie taten es, weil sie durften. Der Zeuge Philipp Müller war als Häftling Angehöriger des sogenannten Sonderkommandos, das die Leichen der Vergassen und Erschossen verbrennen musste. Er erinnert sich genau an Hans Stark und seine sadistisch zelebrierten Morde. Aber ich sollte Ihnen zeigen, was stark war. Sagen wir, es kommt Transport. Viermal nimmt sich eine jüdische Frau, Sarah, zu die Wand. Da darf die Frau, sie kniegt. Und sie sagt, weil ich weiß nicht, was stark ist, ob... Herr Kommandant, ich bitte Sie, lassen Sie mich leben. Ich habe noch nicht gemacht. Ja, und... Los, Sarah, stehen. Sarah, stehen. Sarah, stehen. Los, musst du stehen. Dann spricht er so. So spricht er. Ja. Schießt er erst mal hier oder hier. Dann wieder in die Füße. Die Füße, sagen wir, müssen zuschauen, die anderen. Na, das ist... Na, das kann man nicht schildern. Und dann schießt es, dann schießt er Sie alle. Ich sage so, mein ganzes Leben, ich sehe mein ganzes Leben stark. Mein ganzes Leben, wo ich gehe, ich sehe ihn. Furchtbarlich. Hohes Gericht. Ich habe an der Tötung vieler Menschen mitgewirkt. Das habe ich von Anfang an und ohne Einschränkung bekannt. Ich habe mich nach dem Kriege oft gefragt, ob ich dadurch zum Verbrecher geworden bin. Ich habe keine für mich gültige Antwort gefunden. An den Führer hatte ich geglaubt. Ich wollte meiner Folge dienen. Ich bedauere meinen damaligen Irrweg sehr, aber ich kann ihn nicht ungeschehen machen. Im August 1965 werden die Angeklagten ein letztes Mal ins Gericht gefahren. Urteilsverkündung. Hans Stark wird wegen Mordes an einer unbestimmten Anzahl von Menschen, mindestens aber 340, zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt. Da er zum Zeitpunkt seiner Verbrechen noch minderjährig war, wird auf die Höchststrafe nach dem Jugendstrafrecht erkannt. 1969 wird Stark entlassen. Noch im gleichen Jahr findet er Arbeit bei einem Chemieunternehmen in der Nähe von Darmstadt. Hans Stark stirbt am 29. März 1991 friedlich im Bett. Er wird neben Mutter und Vater im Familiengrab beigesetzt. Seine alte Firma erinnert sich, wohl ahnungslos, in Dankbarkeit an den profunden Kenner des Unkrautvernichtungsmittels Cyclon B. In den vielen Jahren der Zusammenarbeit haben wir sein fachliches Urteil in allen Fragen des Pflanzenschutzes und seine Persönlichkeit stets geschätzt. Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten.